Endlich habe ich dich in meiner Gewalt und kann es mit dir treiben, wie ich will. Nein, nein, bitte nicht! Rührt mich nicht an! Nein, du gehörst mir! Nichts überstürzen, Hähnchen! Lone Star! Ja, der bin ich. Ich bin gekommen, um meine Freundin zu retten. Hallo, Schätzchen. Nein, denn du wirst jetzt sterben. Hey, was hast du meinem Freund dann getan? Dasselbe, was ich mit dir, Fettklops, machen werde. Oh, und mit dir. Und nun, Prinzessin Vespa, sind wir endlich ganz unter uns. Oh nein, ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch. Lasst mich los. Und trotzdem finde ich euch äußerst attraktiv. Das war auch zu erwarten. Druidische Prinzessinnen werden oft von Reichtum und großer Macht angezogen. Und ich habe beides, und das weißt du auch. Oh, lasst mich in Ruhe! Nein, küsst mich! Nein, nein, ja, nein! 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 Ja! Ja! Oh, ihr habt ja einen so großen. Flothelmchen! Was ist? Sie werden auf der Brücke erwartet! Klopfen Sie gefällig das nächste Mal vorher anverstanden? Ja, Sir! Haben Sie was gesehen? Nein, ich habe nicht gesehen, dass Sie wieder mal mit Ihren Puppen spielen, Sir! Dann ist gut! Ja, Sir! Ja, Sir! Oh, das war's! Ich habe nicht gesehen! Ja, ich habe nicht gesehen, dass Sie wieder anfühlen können!